15 Jahre Jujutsu in Bernau. Dieses Jubiläum feiert der Verein am 16. April mit einem Turnier. Dem 15. Bernauer Vereinsturnier im Jujutsu-Fighting. Erwartet werden mehr als 180 Teilnehmer aus über 6 Bundesländern. Offizieller Einmarsch der Sportler ist für 9 Uhr geplant. Ab 19 Uhr beginnt dann das Highlight. Die große Vereinsparty für alle Freunde, Eltern und Sponsoren. 15 Jahre Jujutsu-Verein in Bernau.